Schockierendes Ausmaß, das wahre Vorhaben der Regierung. Für mich sind ja die Grünen so eine Art nützliche Idioten, die für eine bestimmte Phase gebraucht werden. Geile Kombination auf jeden Fall. Ich mag die beide sehr. Robert Habeck lässt sich beraten in Wirtschaftsfragen von einer ehemaligen BlackRock-Mitarbeiterin und hat als Staatssekretär einen WEF-Mann. Also der ist da allerbestens vernetzt. Das heißt, es gibt schon so ein paar Instanzen auf der Welt, die fast überall ihre Finger mit drin haben. Und wenn man überall seine Finger mit drin hat, dann kann man natürlich auch gewisse Dinge lenken und steuern. Und das sollte einem bewusst sein, es ist keine Verschwörungstheorie, das sind einfach Facts. Wir haben ja jetzt drei Jahre Gesundheitsnarrativ gehabt, jetzt werden wir wahrscheinlich eine ganze Zeit lang das Klimanarrativ. Weiß nicht, was danach kommt. Also wir stehen da vor unglaublichen riesigen Umbrüchen. Wir werden 3D-Drucker in ganz großem Maße erleben, wir werden den Einsatz der künstlichen Intelligenz erleben. Also all das wird die ganze Wirtschaft völlig umkrempeln. Das ist crazy, Mann. Und wir hustlen uns hoch, ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu stunk, da. Lass knacken. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Liebe ist im Chat. Liebe von mir an euch. Ich liebe euch. Lass gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen. Und zwar gehen wir heute ins erste Video rein. Und zwar ist es ein Video von der Chrissy und von Ernst Wolf zusammen. Geile Kombination auf jeden Fall. Ich mag die beide sehr. Ich habe Ernst Wolf übrigens auch angefragt für einen Talk. Er hat leider nicht geantwortet. Vielleicht kann ich nochmal über irgendeine andere Ecke an ihn rankommen. Aber auch die Chrissy wäre, glaube ich, ein interessanter Talkpartner. Werde ich auf jeden Fall auch mal eine Anfrage raushauen. Und zwar heißt das Video Für mich sind ja die Grünen so eine Art nützliche Idioten, die für eine bestimmte Phase gebraucht werden. Die dann irgendwann wieder fallen gelassen werden. Das ist die ganz große Lüge. Das Feigenblatt, was man sich da vorhält. Und hinter dem man eigentlich eine völlig andere Agenda nachverfolgt. Die guten alten Grünen, wa? Hallo meine Lieben. Heute haben wir Herrn Ernst Wolf bei uns im Gesch... Dieses Ich-bin-s-chrissi war nicht dabei. Das irritiert mich ein bisschen. Hallo meine Lieben. Ich bin Chrissy. Alles klar, ne? Geil. Ich freue mich auf den Talk. Richtig vielen Dank, lieber Herr Wolf, für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, immer wieder gerne. Wir sprechen heute über die aktuellsten Themen. Also auf jeden Fall das Video ganz ansehen, teilen. Und die unzensierte Fassung gibt es dann auf meiner eigenen Webseite www.meinopinio.com. Wir beginnen direkt mit der ersten Frage, die ich zu stellen habe. Robert Habeck richtet ja seine Ziele für 2023 auf die Sanierung der Immobilien. Das sind seine Klimaziele für das Jahr 2023. Und das hat er jetzt auch vorangetrieben, denn es gibt neue Verbote natürlich. Denn wie kann man es anders lösen? Darunter für Öl- und Gasheizungen. Wie wird sich denn diese Wärmewende auswirken? Ich denke, die wirkt sich im Moment schon aus. Und zwar, die hat eine riesige Unsicherheit erzeugt. Eine riesige Unsicherheit. Also das bedeutet, dass die kleineren Unternehmen nicht genau planen können. Dass viele Privatleute auch nicht planen können. Teilweise auch Aufträge storniert werden. Und das bedeutet natürlich, dass die Wirtschaft damit in ein Chaos gestürzt wird. Und wenn die Wirtschaft ins Chaos gestürzt wird, bedeutet das immer, dass die Kleinen die Verlierer sind. Also das erhöht praktisch diesen Konzentrationsprozess oder treibt ihn besser voran, den Konzentrationsprozess innerhalb der Wirtschaft. Also der Mittelstand ist praktisch das Ziel wieder, was angegriffen wird durch diese ganzen Maßnahmen. Die großen Unternehmen werden das gut überstehen. Und das Ganze ist für mich nichts anderes als ein Teil des Great Reset vom World Economic Forum. Da Klaus Schwab hat das immer wieder allen gesagt. Darüber hat der gute Herr Wolf auch ein Buch geschrieben. Kann ich euch nur ans Herz legen. Wir brauchen die kreative Zerstörung. Ich denke, das ist ein Teil der kreativen Zerstörung. Man kann das ja auch personell festmachen. Also Robert Habeck lässt sich beraten in Wirtschaftsfragen von einer ehemaligen BlackRock-Mitarbeiterin. Und hat als Staatssekretär einen WEF-Mann. Also der ist da allerbestens vernetzt. Und ich denke, das ist genau das Ziel, was dahinter steckt. Also den Mittelstand in weitere Schwierigkeiten bringen und den großen nützen. Das ist die Aufgabe der Grünen im Moment. BlackRock und WEF. Aber das WEF steckt echt in sehr vielen Dingen mit drin. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Ich kann euch auch die Reaction ans Herz legen, wo ich auf den Ernst Wolf im Gespräch mit... Ich glaube mit dem Edelmetalle Blar irgendwie. Ich weiß seinen Namen nicht mehr ganz genau. Aber da erklärt er auch nochmal ausführlich, wie das WEF entstanden ist. Und wo die überall ihre Finger mit drin haben. Und auch BlackRock, der Name wurde gerade auch genannt, haben wir uns eine Dokumentation reingezogen. Die sind bei über 90% glaube ich von allen DAX-Unternehmen auch Anteilhaber irgendwie mit involviert. Das heißt, es gibt schon so ein paar Instanzen auf der Welt, die fast überall ihre Finger mit drin haben. Und wenn man überall seine Finger mit drin hat, dann kann man natürlich auch gewisse Dinge lenken und steuern. Und das sollte einem bewusst sein, das ist keine Verschwörungstheorie. Das sind einfach Facts und das kann man nachvollziehen. Den digital finanziellen Komplex praktisch so als Speerspitze zu dienen. Würden Sie das auch als eine Form der Enteignung sehen für Immobilienbesitzer? Ja, auf jeden Fall. Also damit muss man auf jeden Fall rechnen. Aber ich weiß gar nicht, wie weit diese Agenda getrieben werden wird. Weil die Grünen sind natürlich auch in Schwierigkeiten im Moment. Die fallen ja bei den ganzen Umfragen in der Bevölkerung ganz weit zurück, weil das gefällt den Leuten ja nicht. Für mich sind ja die Grünen so eine Art nützliche Idioten, die für eine bestimmte Phase gebraucht werden, die dann irgendwann wieder fallen gelassen werden. Aber im Moment hält man sich ja an diesem Klimanarrativ fest. Wir haben ja jetzt drei Jahre Gesundheitsnarrativ gehabt. Jetzt werden wir wahrscheinlich eine ganze Zeit lang das Klimanarrativ aufs Auge gedrückt bekommen. Ich weiß nicht, was danach kommt. Aber diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel diese Drohung mit der... Das sind fließende Übergänge von Corona in die Ukraine-Krise, in den Klimawandel, Transhumanismus, diese ganzen Geschichten. Das wird ein fließender Übergang sein. Wir werden nicht mehr in Ruhe gelassen und mit Informationen noch überhäuft, sodass wir gar nicht richtig mitbekommen, dass wir auf einmal in einer ganzen neuen Weltordnung auf einmal sitzen und sagen, ey krass, ist nichts mehr so wie früher. Es werden fließende Übergänge sein, meiner Meinung nach. Deswegen muss man anfangen, sich mit seinem Bewusstsein auseinanderzusetzen, Dinge bewusst wahrzunehmen und sich nicht mehr so leicht programmierbar machen zu lassen. Die erzeugen natürlich Angst. Und Angst macht die Leute gefügig. Ja, und das sehen wir ja in der Vergangenheit. Es muss immer Angst herrschen. So wie Sie gesagt haben, erst mal die Maßnahmen, Sanktionen und so weiter. Es folgt immer weiter, damit die Agenda einfach durchgezogen wird. Ganz genau. Es ist ja auch ganz oft im Gespräch von der Deindustrialisierung Deutschlands. Und ich meine, Deutschland, viertgrößter Industriestaat der Welt. Wird sich das durch die Bemühungen der Regierung jetzt verändern? Ich denke, es geht nicht um die Deindustrialisierung in Deutschland. Es geht um die Deindustrialisierung überall. Und eigentlich ist Deindustrialisierung nicht das richtige Wort. Also was wir erleben, ist der Übergang in neue Produktionssysteme im Rahmen der vierten industriellen Revolution. Das ist es, was wir sehen. Also die ganzen Produktionsstätten der Vergangenheit, die werden in Zukunft auch gar nicht mehr gebraucht werden. Also wir stehen da vor unglaublichen riesigen Umbrüchen. Wir werden 3D-Drucker in ganz großem Maße erleben. Wir werden den Einsatz der künstlichen Intelligenz erleben. Also all das wird die ganze Wirtschaft völlig umkrempeln. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Und das ist ja auch wirklich nicht weit hergeholt, wenn du guckst, was AI, was künstliche Intelligenz mittlerweile alles machen kann. Ich habe jetzt bei der App, die ich benutze, immer für meinen Untertitel zu machen, bei dieser App kannst du jetzt einstellen, das ist krass, Digga. Das hat mir ein Kumpel geschickt, weil ich ja immer englischen Untertitel manchmal reinpacke. Und jetzt kannst du bei der App einstellen, dass er deine Stimme, du sprichst auf Deutsch ein Video, der nimmt das und macht deine Stimme auf Englisch. Und auf einmal sprichst du auf Englisch. Ohne irgendwas auf Englisch zu reden. Nicht nur auf Englisch, du kannst auf Spanisch, auf Chinesisch, auf Italienisch, du kannst deine Stimme, der nimmt deine Stimme und packt die auf eine andere Sprache, Bro. So. Und das ist schon krass. Ich fand es geil, aber auch gleichzeitig irgendwie beängstigend. Und es wird auch immer mehr werden. Auch diese ganzen Deepfakes und so. Irgendwann werden wir nicht mehr wissen, welche Videos real sind, welche Videos gefaked sind, wer wirklich was gesagt hat oder was nicht gesagt hat. Also es wird extrem werden. Und das mit der Produktion ist halt heftig so. Dass dann auf einmal alle Produktionsstätten wegfallen und so. Da muss man auch erstmal gucken, okay, was macht man mit den Menschen, die da gearbeitet haben, weißt du? Weil dann ja nur noch Roboter arbeiten quasi. Wo arbeiten dann die Menschen, die in diesen ganzen Produkten, Millionen von Menschen, weißt du? Und das ist halt einfach alles eine Sache, die schon krass ist. Ich bin gespannt, wie schnell das alles passieren und kommen wird. Aber ich glaube, dass wir das noch miterleben werden. Ich weigere mich immer, das also nur als nationales Problem zu sehen, weil das ja weltweit geschieht. Also es passiert in Frankreich, in Belgien, in den USA, in Russland, in China. Es passiert überall auf der ganzen Welt. Es ist eine Agenda, die von dieser ganz großen Macht im Hintergrund vom digital-finanziellen Komplex vorangetrieben wird. Und interessant ist eben immer wieder, finde ich, die Rolle, die das WEF dabei spielt. Also in Deutschland, ich habe ja gerade schon von Herrn Habeck gesprochen, in Deutschland haben wir dann auch noch eine Außenministerin, die ja Young Global ist, gerade also in der Ausbildung ist, die dafür sorgt, dass der Krieg in der Ukraine vorangetrieben wird mit deutscher Hilfe. Und dann haben wir noch an dritter Stelle, ganz interessant, einen Landwirtschaftsminister, den Cem Özdemir von den Grünen, der auch ein Young Global Leader des WEF ist. Und die Landwirtschaft wird in der Zukunft auch eine ganz große Rolle spielen, weil da haben wir es mit riesigen Umbrüchen zu tun. Da wissen wir ja, dass... Die packen die Leute dahin, wo sie wichtig sind. Politiker sind nur Marionetten, die das umsetzen, was Leute mit Geld im Hintergrund, mit Geld und Macht im Hintergrund entscheiden. Die packen die dahin, wo die hin sollen, damit die die richtige Entscheidung treffen, damit das umgesetzt wird, was die umgesetzt haben wollen. So. Oft ist es doch scheißegal, wer Politiker ist, weil die Bächte hintendran sowieso entscheiden. Im Moment, also den Bauern, da alle möglichen Schwierigkeiten gemacht werden. Wir wissen, dass im Moment zum Beispiel das Laborfleisch vorangetrieben wird. Da werden im Moment Hunderte von Millionen investiert. Also da soll alles vollkommen verändert werden. Und da an der Speerspitze arbeiten eben die Leute des WEF. Also auf die sollte man immer sein Augenmerk richten. Das bedeutet, die vierte industrielle Revolution wird jetzt mit aller Macht vorangetrieben in Richtung Digitalisierung, Robotik und so weiter. Uns auf der anderen Seite wird aber erzählt, dass das alles nur natürlich umweltbedingte Vorantreibungen sind, deshalb die Industrie sich einfach wandeln wird. So ist es. Das ist die ganz große Lüge, das Feigenblatt, was... Mula Chai sagt, was denkst du, warum so viele das nicht kapieren, Leon? Ich glaube, viele wollen das gar nicht verstehen. Ich glaube, die meisten wissen schon so ein bisschen grob, dass nicht alles gerade flüssig läuft und geil läuft und dass wir uns auf Zeiten zu bewegen, die eventuell rough werden könnten. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind so abgelenkt. Wir haben ja auch genug Tools dazu bekommen, um uns abzulenken. Das ist ja auch ein Riesenplan dahinter und das kann man den Menschen nicht mal übel nehmen, dass die sich unbewusst einfach ablenken die ganze Zeit und keinen Bock haben, sich bewusst zu machen, was eigentlich gerade passiert, weißt du? Und einfach ihr Leben so entspannt leben wollen. Viele Leute wollen einfach weiterhin schlafen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die die treffen. Und es gibt aber auch viele Leute, die wirklich glauben, dass die Mächte, die gerade so ein bisschen alles steuern, mehr oder weniger, was Gutes für uns Menschen wollen und dem einfach vertrauen. Da gibt es auch, glaube ich, viele von. ... sich davor hält und hinter dem man eigentlich eine völlig andere Agenda da verfolgt. Nichtsdestotrotz muss ich dazu sagen, dass ich glaube, dass immer mehr Menschen den Mut haben, sich auch damit zu beschäftigen und der Wahrheit ins Auge zu blicken. Und gerade auch durch die Corona-Zeit so und durch auch noch die nächsten Dinge, die passieren werden, wo man offensichtlich halt sieht, was gespielt wird so, werden, glaube ich, immer mehr Menschen diesen Denkanstoß bekommen und sich dann auch sagen so, nee, jetzt reicht's, weißt du? Und ich glaube und habe das Gefühl, dass durch diese Phase, durch die letzten drei Jahre schon einige auf jeden Fall, also dass es auf jeden Fall mehr Menschen geworden sind, die sich angefangen haben, mit Dingen zu beschäftigen. Ansonsten die Menschen das nicht mitmachen würden, würden Sie sagen, weil eigentlich braucht es ja keiner. Richtig, genau. Man sieht es ja auch an den Vorbildern der Regierungsmitglieder wie Kenia, Bhutan, in welcher Richtung zumindest der Fokus liegt. I like that. In der Vergangenheit gab es ja auch sehr, sehr, sehr viele Skandale um die gesamte Bankenkrise, ob eine große Bankenkrise kommt oder nicht. Und es war für viele Menschen ein großer Schock. Aber ist jetzt alles wieder gut? Könnte man sagen, jetzt ist alles wieder stabil? Ja, das ist ganz besonders interessant, weil wir haben ja drei Bankenzusammenbrüche in den USA gehabt. Wir hatten erst die Signature Bank, dann die Silicon Valley Bank und, nee, zuerst war es die Silvergate Bank, dann die Silicon Valley Bank und dann die Signature Bank. Und bei der Silicon Valley Bank handelte es sich ja immerhin um den zweitgrößten Zusammenbruch einer Bank und bei der nächsten war es immerhin der 16-größte Zusammenbruch. Und dann haben wir anschließend den Zusammenbruch der Credit Suisse erlebt. Und die Credit Suisse gehört ja zu den, ich glaube, es sind im Moment 35 systemrelevanten Banken der Welt. Also da hat es schon unglaublich gekracht im Finanzsystem. Und was den Leuten eben... Krass, das hat man davon groß mitbekommen? Hat es gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. Im Moment nicht erzählt wird. Allein in den letzten sechs Wochen hat die US-Bank Federal Reserve 900 Milliarden Dollar an Notkrediten an taumelnde Finanzunternehmen herausgeben müssen. 900 Milliarden Dollar. 900 Milliarden, Bro. Kranke Summen. Das muss man sich bewusst machen, ne? Also da brennt die Hütte unglaublich. Aber den Leuten wird etwas völlig anderes vorgespielt. Und ich denke, das wird auch nicht ganz ohne Grund sein, sondern man wiegt die Leute jetzt in Sicherheit, um sie dann irgendwann in eine noch viel größere Falle laufen zu lassen. Aber gleichzeitig wird einem ja gesagt, wir haben die Einlagensicherung. Das heißt, das Geld ist sicher. Also ja, nicht abheben. Können jetzt die Menschen einfach sicheren Gewissens das Geld auf der Bank liegen lassen, ohne irgendwie Angst davor zu haben, es zu verlieren? Ja, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Da bin ich manchmal froh, dass ich nicht so viel Geld habe, meine lieben Freunde. Sage ich dir ehrlich. Ich muss die Einlagensicherung erwähnen. Also die Einlagensicherung bedeutet ja, dass in Deutschland und in der EU 100.000 Euro sicher sind. Also selbst wenn meine Bank dann pleite gehen sollte, würde ich zumindest mit 100.000 entschädigt werden. Jetzt muss man den Blick mal kurz nach Amerika wenden, weil da ist was unglaublich Interessantes passiert in dieser Bankenkrise, dem Zusammenbruch der drei Banken. In Amerika gibt es auch eine Einlagensicherung, die heißt Federal Deposit Insurance Corporation. Und in Amerika ist die Einlagensicherung mal hochgesetzt worden. Ich glaube, es war im Jahr 2010 von 100.000 Dollar auf 250.000 Dollar. Da sind den Leuten also 250.000 Dollar garantiert. Nun, was ist aber jetzt in der Bankenkrise passiert, bei den drei Bankzusammenbrüchen? Die haben sich überhaupt nicht an diese Grenze gehalten. Die haben die Leute 100% entschädigt. Also auch wer mehr als 250.000 hatte, wer zweieinhalb Millionen oder fünf Millionen auf seinem Konto da hatte, ist zu 100% entschädigt worden. Und danach ist eine Diskussion entfacht worden, ob man nicht diese Einlagensicherung in den USA generell anheben sollte, und zwar auf unbegrenzt. Und das bedeutet natürlich, dass in Zukunft, also wenn dann Banken zusammenbrechen, wenn tatsächlich das so durchkommt als Regelung, dass die Leute ihr gesamtes Geld erhalten. Nur dieses Geld ist nicht da. Wo kommt dieses Geld her? Das Geld kommt dann von der Zentralbank. Und ich denke, dass da irgendwie inzwischen so eine Art Geheimplan verfolgt wird, dass man versuchen will, den Leuten das digitale Zentralbankgeld auf diese Art und Weise aufs Auge zu drücken. Man muss sich nur vorstellen, was passiert, wenn es jetzt zu weiteren... Ja, Digga, du legst dein Geld irgendwo auf einer Bank an, die Bank geht pleite, und die sagen, ja, du kriegst dein Geld ersetzt, aber nur mit digitaler Währung. Und so jubeln die denen das Geld unter. Crazy, bro. Crazy shit, man. Egal, all praise to the most high. Einfach jeden Tag beten und meditieren, lieben, gut sein, und alles wird schon so kommen, wie es kommen soll für jeden, wie er es verdient hat, so, weißt du? ...zusammenbrüchen kommt, und dazu wird es auf jeden Fall kommen. Und wenn weitere systemrelevante Banken betroffen sind, dann wird es irgendwann zum Dominoeffekt kommen. Das heißt, dann werden also riesige Banken überall auf der Welt zusammenbrechen. Und was kann man dann machen? Man kann den Leuten dann sagen, ja, euer Geld ist leider verloren, aber ihr könnt das Geld zurückbekommen, ihr müsst nur ein digitales Zentralbankkonto eröffnen, und dann geben wir euch das Geld in Form von digitalen Zentralbankkonto. Das kann ja unbegrenzt gedruckt werden. Also ich denke, da steckt was dahinter, was uns in Zukunft noch ganz stark bewegen wird. Ja, man sagt ja immer, die Einlagensicherung, wenn es nur eine Bank ist, dann gibt es Fonds, die da greifen, und man hat da genug Geld, wenn es eine wäre. Wenn es aber mehrere sind, dann ist es schon wieder sehr happig, und man hat es eben nicht. Aber das ist wirklich eine heftige Theorie, wenn es so wäre. Und wir wissen ja, in der Vergangenheit haben sich sehr viele Theorien dann am Ende doch bewahrheitet. Also von daher sollte jeder mal schauen, wie viel Geld er bei einer Bank rumliegen lassen möchte, so, um dann da wieder abhängig gemacht werden können. So, gehen wir über zum Unicorn. Denn das internationale Währungsfonds hat den Unicorn, seine neue digitale Währung, ja, veröffentlicht. Was hat diese Veröffentlichung uns zu sagen? Was hatte es für eine Bedeutung? Ja, das ist ja sehr stark durchs Internet gegangen. Aber ich glaube, dass es da zum Teil sich um eine Fake-Nachricht handelt. Also da ist wohl jemand aufgetreten bei der Frühjahrstagung des IWF und hat irgendwie was verkündet, dass der Unicorn jetzt vom IWF so als weltweite Hintergrund digitale Zentralbankwährung eingeführt werden wird. Nun, Unicorn ist ja eine von den Kryptowährungen, die es schon seit Längerem gibt. Und merkwürdigerweise ist das Ganze inszeniert worden von einer Organisation, die hieß irgendwas mit DCMA oder so was, Digital Currency Authority. Also es ist angeblich eine öffentliche Behörde. Und ich habe dann mal nachgeguckt. Und es gibt tatsächlich eine Website, aber diese Website hat kein Impressum, ist also offensichtlich eine Täuschungswebsite. Also ich denke, dass da irgendwie möglicherweise entweder eine Werbemaßnahme von Unicorn dahinter stand, weil ich denke, dass der Kurs von Unicorn wahrscheinlich da kurz danach erstmal in die Höhe gegangen ist. Ich habe es nicht überprüft bis jetzt, aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich der Fall ist. Es kann allerdings auch sein, dass es sich um eine Fake-Nachricht handelt, die absichtlich in die Welt gesetzt wurde und dass man tatsächlich im Hintergrund daran arbeitet, dass der IWF möglicherweise seine eigene Währung, also die Sonderziehungsrechte, die so als eine Art Weltwährung im Hintergrund bereithält, um dann die ganzen einzelnen digitalen Zentralbankwährungen, die ausgegeben werden, zu stützen. Weil man muss sich vorstellen, im Moment arbeiten an den digitalen Zentralbankwährungen ja einzelne Zentralbanken, teilweise auch schon mehrere zusammen. Wird das eigentlich offiziell vom Mainstream so auch kommuniziert, dass die Zentralbanken gerade daran arbeiten, so digitale Kryptowährungen an den Start zu bringen oder ist das einfach eine Sache, die im Hintergrund gemacht wird und nicht groß kommuniziert wird? Weißt das einer von euch? Es gibt da so Projekte wie das Projekt Dunbar, da sind Australien und Malaysia und Singapur mit dran und Südafrika auch mit dran. Dann gibt es das Icebreaker-Projekt, da ist Schweden zusammen mit Norwegen und ich glaube der BIZ mit dabei oder Israel mit dabei. Also da gibt es schon länderübergreifende Verbindungen. Aber es wäre natürlich also ein Traum für diejenigen, die es einführen wollen, wenn es eine weltweite Währung gäbe, die hinter diesen ganzen digitalen Zentralbankwährungen steht. Und da wäre natürlich der IWF genau die richtige Institution, weil das eben immer noch die größte Finanzorganisation weltweit ist. Und den Menschen könnte man wieder sagen, noch eine Sicherheit. Da steht ja sogar noch jemand dahinter. Ja, im Grunde, eine Frau Lagarde hat ja erst kürzlich gesagt, dass wir die Kontrolle über das Geldsystem verlieren werden, wenn die digitale Zentralbankwährung nicht kommen wird. Also gar nicht mehr ein Ob vielleicht und mal schauen, sondern ein wirklich, wir müssen das machen. Aber im Grunde, warum müssen Sie das denn wirklich machen? Ja, weil das Geldsystem so nicht mehr zu retten ist. Also unser Geldsystem ist zu viel, zu viel gedruckt worden, Goldstandard aufgehoben, das Geld rausgedruckt von den Zentralbanken ohne Ende. Die werden ab irgendeinem Punkt nicht mehr hinterherkommen. Und die einzige Möglichkeit, dass es nicht wieder eine riesen Wirtschaftskrise gibt, wo wirklich dann alle am struggeln sind, ist wahrscheinlich ein neues Geldsystem einzuführen und dann so alles nochmal auf Null zu setzen, um dann wieder einen neuen Humbug damit zu treiben. So. Auf jeden Fall habe ich vorgelesen, was Marc reingeschrieben hat. Ist echt krass. Meint ihr aber, dass das Bargeld keinen Wert mehr hat? Ja, das wird langsam abgeschafft dann halt, ne? Keine Ahnung. So wie der Umstieg von Marc auf Euro damals. Geht dann Step by Step. Erstmal kriegst du ein paar Kryptos und dann wird es halt langsam, langsam ausgetauscht, denke ich, oder nicht? Step by Step. Weiter entwerten. Wir werden irgendwann von der Galoppierenden in eine Hyperinflation übergehen und dann wird das ganze Geldsystem, so wie alle Geldsysteme bisher in der Vergangenheit, in sich zusammenbrechen. Und da hat man ja eben den Plan, dieses neue Geldsystem einzurichten, bei dem man die Geldmengen... Die Frage ist nur, wie viel Struggle damit einhergeht, weil er sagte, die werden erstmal alles kollabieren lassen und die Inflation, Hyperinflation, dass dann auf einmal eine Million Euro, also, dass dann Brot auf einmal eine Million Euro kostet und so, so wie es auch in Deutschland schon mal der Fall gewesen ist. Und dann ist die Frage, wie lange die uns krepeln lassen, wie lange die uns struggeln lassen, damit die dann kommen wie die Heiligen und dann sagen, wir haben die... Da, wir haben die neue Kryptowährung für euch, um euch wieder zu retten. Ihr müsst nicht mehr struggeln. Und dann sind alle dankbar und sagen, ja, geil, ey, Klaus Schwab, ich küsse dein Herz, Bro, dankeschön, bla, bla, bla. So, weißt du, wie ich meine? Die Frage ist, wie lange werden die uns krepeln lassen, wenn das dann so weit kommt? Und zentral steuern kann. Aber dieses neue Geldsystem wird auf Dauer nicht funktionieren, weil das wird also mit irgendwelchen zentralistischen Maßnahmen einhergehen müssen. Das wird zum Beispiel mit Preiskontrollen einhergehen müssen, die der Wirtschaft nicht gefallen werden. Das wird also auf Dauer auf keinen Fall funktionieren. Also wir stehen vor unglaublicher Unruhe, weil das alte System funktioniert nicht mehr, das neue ist noch nicht ganz bereit, wird aber unter irgendwelchen chaotischen Umständen dann eingeführt werden, wird dann selber auch wieder zusammenbrechen. Also wir stehen vor einer unglaublich unruhigen historischen Phase. Generell sind wir in einer historischen Phase, die entscheidend ist. Ich bin mir fast sicher, dass die nächsten Generationen über diese Zeit hier lange reden, philosophieren und Theorien. Es wird dann auch den nächsten Lovelock und den nächsten Kianusch geben, die sich dann Videos von uns reinziehen und darauf reagieren oder so. Und dann sagen, damals 2020 hat alles angefangen, da war ein heftiger Change und dann hat sich alles verändert, und dann ist es in die Zeit gekommen, in der wir heute leben und so. Also ich glaube, wir sind gerade an einem Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Und das ist schon eine heftige Zeit, das ist eine extreme Zeit, weil ich glaube, dass wir auf jeden Fall immer noch einiges miterleben werden, was wir so noch nicht erlebt haben. Und wir werden das alles noch miterleben. Also ich glaube, die nächsten Jahrzehnte werden sehr, sehr interessant und wild werden. Weil es überall vorangetrieben wird. Auch die BRICS-Staaten haben ja auch bereits verkündet, dass es in die Richtung geht, dass es ja rohstoffgebunden möglicherweise sein wird, weil man hat ja immer spekuliert, ob das vielleicht eine goldgebundene Währung sein könnte. Jetzt wurde gesagt, vermutlich verschiedene Rohstoffe, die da dahinter stehen. Ja, das ist, also man darf sich da nicht täuschen lassen. Also diese ganze Diskussion um die BRICS-Staaten, die soll den Leuten suggerieren, dass wir auf dem Weg in eine multipolare Welt sind. Das ist völliger Unsinn. Also man muss sich da nur, also einen Kontinent mal rausnehmen. Meinetwegen Afrika. Afrika ist in den letzten 20 Jahren unglaublich unter die Kontrolle des digital-finanziellen Komplexes gebracht worden. Und zwar mit Hilfe seiner Hilfstruppen. Und da sind ganz wichtig, also die Bill & Melinda Gates Stiftung, die Rockefeller Stiftung, die haben nämlich im Jahre 2006, glaube ich war das, dieses große Agrar-Projekt angestoßen, wo die Wirtschaft in Afrika gefördert werden sollte, um die Armut in Afrika einzugrenzen. Die Armut ist heute viel größer und Afrika ist heute viel stärker von den großen Nahrungsmittelkonzernen und den großen Düngemittelkonzernen im Westen abhängig. Ey, sie, Dicker. Also da ist eine... Interessant aber. ...verfolgt worden, die genau das gegen... Der Ernst Wolf hat echt krasse Infos, ne? Mit dem würde ich gerne echt einen Talk machen. ...von dem bewirkt, was man gesagt hat. Und diese Länder sind überhaupt nicht mehr selbstständig. Der hat auf jeden Fall mies recherchiert. Das ist wirklich miese Recherche. ... aber bei der großen Agrar jetzt mit und spielen den Leuten auch dieses falsche Spiel vor. Also wir müssen immer wieder sagen, die einzelnen Regierungen heute, die haben so gut wie nichts mehr zu sagen. Alles wird vom Hintergrund aus bestimmt und zwar vom digital finanziellen Komplex und dessen Hilfstruppen. Und dessen Hilfstruppen, das sind die großen Organisationen wie die Vereinten Nationen, das sind die großen Stiftungen wie die Bill & Melinda Gates Stiftung, die Rockefeller Stiftung und das WEF und das sind Hilfsgruppen wie zum Beispiel der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank. Die entscheiden, was passiert und nicht die einzelnen Regierungen. Es haben ja auch... Facts. ...parlamentarier... Fühle ich so, wie du es sagst, ernst. Sage ich dir ehrlich, wie es ist. Habe ich auch keine Angst vor. ...vor den Gefahren der digitalen Zentralbankwährung gewarnt, wenn es keine Gesetze gibt, die die Macht der Zentralbanken dann dementsprechend eingrenzen und für, ja, Privatrechte der einzelnen Bürger dann dementsprechend sorgen. Was gibt es denn für Gefahren bei der digitalen Zentralbankwährung? Na, man muss sich einfach vorstellen, was das bedeutet, die digitale Zentralbankwährung. Das bedeutet, dass jeder von uns nur noch ein einzelnes Konto hat und das ist bei der Zentralbank. Die Zentralbank weiß also über jede finanzielle Transaktion Bescheid, kann uns individuelle Steuersätze zuweisen, individuelle Zinssätze zuweisen, die kann uns Strafzahlungen auferlegen, die kann das Geld an ein Ablaufdatum binden, die kann das Geld geografisch limitieren, also geografisch eingrenzen, sodass wir dann im Rahmen von 15-Minuten-Stätten zum Beispiel nur noch in einem Umkreis von, was weiß ich, 20 Kilometern einkaufen dürfen und die können ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild binden. Also man muss den Blick mal nach China... Die Möglichkeiten sind heftig. Da bist du... Also Freiheit spielt dann keine Rolle mehr. Wird in der Zukunft sowieso immer weniger eine Rolle spielen, aber wenn du dann... Oh, du bist halt nicht mehr frei. Es wird alles dann reguliert. Es heißt ja noch nicht, dass alles genau so passiert. Die müssen das ja nicht tun. Aber es könnte sein. Und das alleine ist schon angsteinflößend, finde ich. Dass du nicht mehr selber frei entscheiden kannst, was du wo, wann machst, wo du hingehst, wie du dein Geld ausgibst und diese ganzen Geschichten. Die sehen ja dann auch immer, was du machst auch. Dann sehen die, okay, der ist ein... Keine Ahnung, der geht jede Woche zweimal im Puff und so. Okay, dann können die das irgendwie nutzen. Je nachdem, wer das ist. Weißt du, was ich meine? Und du kannst mir nicht sagen, dass dann auch so Leute wie die NSA und diese ganzen Spionage-Geschichten, Geheimdienste und so nicht dann auch sich da reinhacken werden und dann über jeden Menschen diese Informationen bekommen. ist crazy, man. Ist crazy. Und dann weiß man, was einem droht. Also in China ist ja die absolute Kontrolle. Und dann kommt so ein Ding wie Corona um die Ecke und so ein Lovelock setzt sich dann ins Treppenhaus und erzählt dann was und sagt, hier, geht raus und diese ganzen Geschichten also anti dem, was das Narrativ ist. Und dann wird einfach sein Kryptokonto mal gesperrt oder wird gesagt so, hier, du kriegst jetzt ein Limit rein. Das sagst du nächstes Mal nicht mehr, sonst geht dein Konto komplett und dann bist du am Arsch. über die Bevölkerung in den letzten Jahren erreicht worden. Also da hat man diese Drohnenüberwachung, die Gesichtserkennung, da hat man das Sozialkreditsystem. Also das ist ein Albtraum ohnegleichen. Aber genau dieser Albtraum wird mit dem neuen Geldsystem verfolgt. Also ein Albtraum. Absolut. Könnte man sagen. Ich wollte noch gerne auf den Konflikt im Sudan eingehen, denn bereits der deutsche Kanzler berichtet ja davon, dass Staatsbürger hier eine sichere Ausreise nach Deutschland gewährleistet bekommen. sollten. Was ist denn der offizielle und der wirkliche Hintergrund für diesen Konflikt? Na, der wirkliche Hintergrund ist, glaube ich, den muss man wieder im Zusammenhang mit der gesamten weltweiten Entwicklung sehen, ist das Vorantreiben des Dritten Weltkrieges. Also ich denke, dass wir im Anfangsstadium des Dritten Weltkrieges stecken. Der hat halt auch wirklich gute Evidenz für die Sachen, die er erzählt. Der backt die Sachen halt gut ab und das ist schon ein bisschen beängstigend teilweise. mehrere Möglichkeiten, diesen weiter zu entflammen. Also einmal kocht man den Konflikt mit Taiwan ja immer wieder hoch und dann gibt es im Nahen Osten immer wieder neue Probleme und jetzt hat man entdeckt, dass man den Sudan auch wunderbar benutzen können. Auf äußerer Anlass war ganz einfach die Tatsache, dass die Russen da am Roten Meer da irgendwo einen Stützpunkt errichten wollten und dass es da plötzlich eine Gelegenheit gab, die Russen wieder so als Feindbild zu nehmen. Wir wissen ja inzwischen, dass die Amerikaner, also die amerikanischen Geheimdienste und die britischen Geheimdienste sich mit Teilen des Militärs da getroffen haben und alle anderen Länder, gerade die Länder der NATO, sind wieder draufgesprungen. Also ich denke, da entzündet man einen weiteren Kriegsjab und wir wissen ja, alle Kriege kosten sehr viel Geld und am Krieg verdienen die großen Rüstungskonzerne und hinter den großen Rüstungskonzernen steht heute auch immer wieder der Gleichalt. Wie viele Informationen der auch hat, ne? Faszinierend. Bekannte nämlich der digital-finanzielle Komplex. Also der hat ein großes Interesse daran, die Welt in Flammen zu setzen und zwar da, wo er selber nicht gerade... Ich höre dem auch voll gerne zu, seine Stimme und wie er redet und wie er die Dinger so raushaut, heftig. Auch Quartier hat. Also ich denke, das Silicon Valley wird bestimmt nicht zum Kriegsschauplatz werden und die Wall Street wird auch nicht zum Kriegsschauplatz werden. Aber Afrika ist natürlich weit weg von den USA und Asien ist auch weit weg und auch Europa ist weit weg. Also da kann man diese Kriegsherde... Ja, die USA, die machen immer schön überall Krieg und so, aber deren eigenes Land ist eigentlich nie in Gefahr gewesen. Auch nicht beim Zweiten Weltkrieg. ... aber entzünden und gleichzeitig also richtig viel Geld einsteigen. Also soll sozusagen diese Kriege auch wegbleiben? Also ich sage mal von der EU, von den EU-Mitgliedern. Also wir sehen ja die sozialen Unruhen beispielsweise in Frankreich sehr stark. Wir sehen aber auch die Spaltung in Deutschland sehr stark. Also überall sieht man diese gesamten Unruhen. Ja, aber Europa und diese ganzen Länder sind nicht weit weg von dem Platz des Geschehens teilweise. Weißt du? Aber soll das auch direkt zu einem Kriegsgeschehen in den jeweiligen Ländern kommen? Ich denke schon, dass die EU da noch stark genug ist, also das zu verhindern, dass es hier direkt zu einem militärischen Austausch zum Beispiel mit Russland kommt. Ich denke, das wird man schon begrenzen auf die Ukraine, möglicherweise Polen dann noch und dann vielleicht den ganzen Ostblock. Aber dann glaube ich, wird man eher in die östliche Richtung rüber gehen. Also ich glaube nicht im Moment, dass es so zu solchen kriegerischen Auseinandersetzungen wie im Zweiten Weltkrieg hier. Okay, okay, okay. Ja, das Bündnis ist halt auch schon strong, ne? Wenn du die ganze Europa zusammen, NATO etc. zusammen tust, kann schon sein, dass sie das abwenden können. Selbst wenn die wollen würden. Man muss sich auch nur vorstellen, der digital finanzielle Komplex will ja auch am Aufbau verdienen. Und wenn die ganz große Verwüstung dann zum Beispiel durch Atombomben stattfinden sollte, dann ist das... War das nicht so, dass BlackRock auch schon so irgendwie ein Deal hat, um Ukraine wieder aufzubauen und so? Also da sind schon die Leute und die warten nur, okay, bis das Land dann gut zerstört ist, damit die das wieder aufbauen können. Da wurden schon Deals gemacht, glaube ich sogar. Habe ich am Rande irgendwo gehört. Ich bin leider halt nicht so informiert wie der Bruder hier. Würde ich ihn jetzt gerne fragen. Das ganze Gebiet ja unbewohnbar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass man auch hier irgendwann Kämpfe sehen wird. Aber ich halte sie nicht für so wahrscheinlich. Also ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass man zum Beispiel jetzt, also Afrika da wirklich in Brand setzen wird. Weil Afrika ist seit Jahrzehnten schon das Opfer, das Opfer der ganz großen Konzerne. Und da wird einfach also mit unglaublicher Brutalität vorgegangen. Afrika ist schon immer das Opfer, schon immer gewesen. Weißt du, wie ich meine? Aber ich sage, ich glaube an Gott und ich glaube Gott ist groß und ich sage, irgendwann wird ein Ausgleich kommen. Ich sage, Afrika wird seine Phase bekommen, wo Afrika wieder frei ist und das ist, was es ist, nämlich der schönste, reichste und beste Kontinent auf der ganzen Welt. Und da kommen wir alle her. Egal ob schwarz oder weiß, das ist die Mutter von uns Menschen. Und ich glaube, dass Gott dafür sorgen wird, dass Afrika irgendwann seine Rosezeit, seine Blütezeit bekommen wird. Also Afrika, muss man sich vorstellen, war bis vor 50 Jahren Selbstversorger. Die Länder haben ihre ganzen Nahrungsmittel selbst hergestellt. Heute ist kein einziges Land in Afrika mehr in der Lage, seine eigenen Bewohner zu ernähren. Crazy, Digga. Haben sie alles gefickt, ne? Das hat alles zu tun mit dieser Agenda im Hintergrund, dass man die so abhängig gemacht hat von westlichem Geld und von westlichen Nahrungsmittelkonzernen und von westlichen Düngemittelkonzernen. Und jetzt im Moment sind eben dann die Rüstungskonzerne drin. Natürlich. Und sobald man abhängig ist, pfeift man nach der Nase von demjenigen, dem man abhängig ist. Ja, man darf auch nicht verwechseln Afrika mit den afrikanischen Führern. Das sind natürlich alles gekaufte und korrupte Figuren, genauso wie bei uns. Also das afrikanische Volk ist der große Leidtragende. Aber die Spitzenpolitiker da drüben und die Spitzenwirtschaftsführer, die machen... Alle in der Tasche, ja, safe. Einfacher wahrscheinlich als bei uns im Westen so. Weil die natürlich von weniger kommen, ne? Gleichzeitig mit. Die sind ja auch nicht davon abhängig, ob es in Afrika gut aussieht. Die können dann irgendwann auf die schönere Seite des Lebens sich verziehen, sich dann irgendwelche Luxusvillen in der Schweiz oder in Kalifornien leisten. Also da muss man ganz, ganz eine klare Unterscheidung treffen. Das ist so traurig, ey. Das ist so sad, ich weiß dir. Manchmal wünschte ich mir, dass wir zurück in die Zeit kommen, wo wir alle noch so Völker waren, die so in der Natur gelebt haben und nichts mit Internet, nichts mit Fernsehen, nichts mit vernetzt, alles vernetzt und so, sondern jeder in seiner Community, jeder in seinem, in seinem, weißt du, Naturvolk und dann irgendwie halt einfach das Leben genießen, so wie Gott das eigentlich für uns bestimmt hat, so, weißt du? Diese menschliche Entwicklung, dieses immer weiter, immer mehr Technologie, immer mehr und immer weniger mit Gott und immer weniger Ethik, immer weniger Moral, immer weniger noch wirklicher Mensch sein, ist einfach voll schade. Und sagen, also es gibt einen Unterschied zwischen dem Volk und den Führern des Volkes. So, wenn man sich jetzt unser Gespräch angehört hat, könnte man sagen, Ernst Wolf, guter Mann, fühle ich. Puh, Gott sei Dank, vielleicht oder möglicherweise kein Kriegsgeschehen in meinem Land. Gleichzeitig sind das natürlich keine positiven Entwicklungen, die sich hierbei ergeben werden und vor allem, wir sehen es ja durch soziale Unruhen, was genauso gefährlich auch ist, was sich hierbei entwickelt. Was würden Sie den Menschen so zur Vorbereitung, also wie kann man sich gut möglichst fühle ich, Marc, Bro, safe. Vorbereiten auf Ich bin schon halb da. Also ich versuche mich da auch so weit wie möglich rauszuziehen. Natürlich streame ich, natürlich mache ich viel online und so, aber ich bin eigentlich auch ein naturverbundener. Ich bin mehr in Natur als irgendwie das, was ich bin, wenn ich in Deutschland bin, ich habe fast gar nicht so, sage ich dir ehrlich. Da gibt es weniger Möglichkeiten, weißt du. Mittlerweile, ich bin so viel in der Natur, ich bin so krass mit den Tieren hier connected, ich bin so krass mit der Erde connected, immer barfuß im Sand, im Meer, im Dschungel. Ey, du hast immer geile Views, du siehst immer so, was die Natur alles bietet, weißt du. Jeden Tag, jeden Tag gehe ich aufs Dach, ziehe mir den Sonnenuntergang rein, jeden Tag lege ich mich da hin, abends gucke den Mond an und so. Und mir wird immer mehr bewusst, wie das eigentlich das wahre Leben ist, weißt du. Das ist das eigentlich, was einen Menschen erfüllt. Verbunden sein mit der Natur, da wo wir herkommen. Das, was in Zukunft kommt. Ja, man muss einfach den ersten Schritt wagen und den Dingen einfach ins Gesicht sehen. Also ganz viele Leute, merke ich in der letzten Zeit. So, Facts, Bro. Facts. Einfach die Dinge ins Gesicht sehen. Der sagt das so einfach, aber es ist so. Die stecken den Kopf in den Sand und sagen, also das ist mir alles viel zu gefährlich und das ist alles viel zu brisant, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Ich denke, das ist die schlechteste Lösung, weil dann wird man von den Dingen, die da passieren werden, überrollt. Facts. Man muss einfach ganz klar feststellen, also erstens, das Bankensystem ist nicht sicher. Das wird uns zwar vorgemacht, aber das stimmt nicht. Man sollte also sein Geld nicht irgendwo bei der, schon gar nicht bei einer Bank halten, aber auch nicht zu viel Geld bei einer Bank halten. Man sollte da lieber dafür sorgen, dass dieses Geld von den Banken weggenommen wird. Dann sollte man sich darauf vorbereiten, auf jeden Fall auf eine Nahrungsmittelkrise. Also ich denke, dass wir im Bereich der Nahrungsmittel aufgrund dieser grünen Agenda, aufgrund dieses Verbotes von Düngern und so weiter und aufgrund der aller möglichen Vorwände unter dem großen Vorwand des Klimaschutzes, dass wir da mit weiteren Einschränkungen leben müssen. Und diese Einschränkungen werden die Preise weiter in die Höhe treiben. Insgesamt müssen wir sowieso mit einer weitgehend anziehenden Inflation rechnen. Also es wird in einigen Bereichen zu deflationären Tendenzen geben, weil einige Bereiche der Wirtschaft in sich zusammenbrechen werden. Aber im Großen und Ganzen wird der Trend hingehen zur Inflation. Also das Geld wird weiter entwertet werden. Deswegen würde ich jedem erraten, auf jeden Fall einen Teil seines Geldes oder möglicherweise einen großen Teil des Geldes in Sachwerte zu investieren. Es wäre aber auch gut, wenn man ein gewisses Maß an Bargeld vorhält. Also ich würde sagen, so für drei bis vier Monate sollte man auf jeden Fall Bargeld vorhalten, weil man im Zuge der Banken nächsten Bankenkrise damit rechnen muss, dass es zu einem Bank Holiday kommt. Dass die Banken dann einfach geschlossen werden, dass man an die Maschinen dann gehen muss, dass die Automaten dann aber nicht genug Geld hergeben. Genau das haben wir jetzt gerade in Nigeria erlebt. Das ist übrigens ein ganz interessantes Beispiel. Heftig, Digga. Meine Roots, Bro. In Nigeria hat man vor anderthalb Jahren das digitale Zentralbankgeld eingeführt. Krass, wusste ich auch nicht. Das ist das erste größere Land außerhalb Chinas, wo dieser Versuch unternommen wurde. Und dieser Versuch ist gescheitert. Man hat aber daran festgehalten, indem man den Leuten das Abheben von Bargeld immer schwieriger gemacht hat. Also es sind in mehreren Schritten sind diese Summen, die man da an den Bankautomaten abheben konnte, gesenkt. Willst du es in Nigeria umsetzen, Digga? Das geht doch gar nicht, Bro. Da gibt es doch voll viele Leute, die gar nicht mal ein Handy haben. Weißt du, wie ich meine? Street-mäßig unterwegs sind, nichts zu essen richtig haben und so. Willst du denen dann irgendwas mit digitaler Währung eigentlich beibringen? Weißt du, das frage ich mich auch so. Was ist mit Leuten, die keinen Zugang zur Technik haben? Die haben dann nie Möglichkeiten, Geld zu haben oder Geld auszugeben oder was? Also mit sowas muss man bei uns auch rechnen. Also man muss einfach diese ganzen Möglichkeiten da sich mal ganz nüchtern betrachten und dann einfach so seine eigene private Vorsorge treffen. Im Bereich der Nahrungsmittel, ja gut, jeder kann ja sich für drei oder vier Monate schon mal ein paar Nahrungsmittel hinstellen, wenn er von seinem Einkommen mehr nicht in der Lage ist, also die Teuerungsquoten da immer einfach so wegzustecken. Also ich denke, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, nicht den Kopf in den Sand stecken und nicht an... Positiv bleiben, beten und meditieren, musst du auch noch erwähnen, mein Bruder, Alter. Und vor allen Dingen auch, ja man, zurück in die Natur, Bro. Selbst was anpflanzen ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ein paar Kartoffeln und so ein Shit. Alles, was du selbst machen kannst. Ein paar Früchte, Spargel, Magel und so, dies, das. Gibt es genug Sachen, die man selber auch anpflanzen kann, so weißt du? Back to the roots, mein Lieben Freunde. Am Ende wird es dann darauf ankommen, dass wir uns gegenseitig helfen auch. Der kann das, der kann dies, der kann so, der kann so. Deswegen, Communityaufbau ist auf jeden Fall immer noch in Planung. Wir werden eine Community aufbauen. Irgendwo fernab dieser menschlichen Zivilisation, in der wir uns gerade befinden. Und dann einfach unseren Shit selber aufbauen, Freunde. Let's go. Sondern versuchen, die ganzen Dinge nüchtern zu analysieren. Laufdorf, wie ich schon. Und sich dann ganz kühl darauf vorzubereiten, dass es eben ein bisschen schwieriger wird, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Genau. Und vor allem muss man bedenken, dass sehr, sehr viele Menschen jetzt momentan passiv sind, auf welchem Wissensstand sie auch immer haben. Und dazu möchte man sich nicht zählen. Denn wer vorbereitet ist, der hat dann auch diese gewisse Sicherheit in sich. Egal, was kommen möchte in Zukunft. Aber dennoch ist man vorbereitet und hat Vorkehrungen für sich, möglicherweise auch seine Familie. Für mich ist, ich finde, Vertrauen ist auch eine wichtige Geschichte. Weißt du? Für mich jetzt persönlich. Ich glaube, es ist bei den beiden vielleicht nicht so, aber Vertrauen in Gott und dieses Vertrauen, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll. Und keine Angst zu haben vor irgendwelchen Entwicklungen oder so. Und dann einfach halt, weil, was soll ich jetzt groß machen? Weißt du? Ich gebe mein Bestes, um Gas zu geben. Ich gebe mein Bestes, um das Richtige zu tun. Und ich glaube, die Sachen werden so kommen, wie sie kommen. Und ja, weiß ich nicht. Da jetzt groß. Also ich bin jetzt kein Typ, der sich jetzt irgendwie Essen horten wird. Oder Bargeld. Bargeld habe ich schon immer ein bisschen. Da mache ich schon immer so vom Gefühl einfach her. Ich werde jetzt kein Essen horten und so. Ich glaube, es wird dann schon so alles funktionieren, so wie es funktionieren soll. Sein Umfeld dann getroffen, dass man da, egal was kommt, gut durchkommt. Genau. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und ich habe noch weitere Fragen, aber die in der unzensierten Fassung, damit auch dieses Video online gestellt werden kann. Und deswegen verabschiede ich mich, aber wir haben noch weitere Fragen. Dankeschön. Vielen Dank. Stark. Sehr, sehr starker Talk. Chrissy, Ernst, ich liebe euch. Danke für die Information. Einige neue Sachen auch wieder gelernt hier. Feiere ich sehr, feiere ich sehr. Liebe geht raus an die zwei. Cooles Video, coole Information. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentarchen, meine lieben Freunde. YouTube, ich verabschiede mich auch von euch. Liebe geht raus an euch. One love. Mua. 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 Mua.